Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Land 3 Vario Land 1. Yay, ich hab's geschafft. Und ich sehe wieder, ich schlage sehr aus. Deswegen mache ich jetzt gerade mal mein Mikrofon ein bisschen weiter von mir weg. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Ähm, ja. Ähm. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie das mit diesem einen Schatz aussieht. Aber. Ähm, wir kommen ja jetzt momentan eh nicht zurück. Von daher denke ich mal, dass das kein Problem ist. Und die Aufnahme wird auch nicht so lang. Weil meine Mutti, äh, gesagt hat, dass es um, auf jeden Fall nach sechs Essen gibt. Das heißt, ich habe mindestens noch eine halbe Stunde Zeit. Von daher, fangen wir jetzt einfach mal an. So, Kurs Nummer 32. So. Geguckt haben wir hier noch, glaube ich, noch nicht. In dem Fall kann ich mich hier irgendwie nicht dran erinnern. Nö, ich bleib bei meinem Flug, Dingsi. Äh. Okay. Das sieht ja noch eigentlich ganz okay aus, was hier so gerade passiert. Alles schön langsam angehen, dann funktioniert das auch alles. Ähm. Fuck. Aber hier. Wie komme ich denn da hin? Ach, für ein Herz. Ähm. Ja, wir haben heute den 16.06. Ähm. Oh. Ähm. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Hallo, Nessi. Nein. Ähm. 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 Und ich habe heute im Reddit erfahren, beziehungsweise beim Rocket Beans Reddit, habe ich zuerst gelesen, ähm, dass ein Remake von Final Fantasy VII rauskommt. Also, ich habe es eigentlich überall gelesen. Es war bei Twitter, es war im Reddit, es war überall. Sogar in Skype in der Zugzug-Gruppe wurde darüber geschrieben. Ähm. Ähm. Ja. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich bin jetzt nicht so der Final Fantasy-Man-Frau-Woman. Ähm. Aber ich schätze mal, Nessi wird sich darüber freuen, wenn es denn für die PlayStation 3 auch irgendwann mal rauskommt. Weil das war ja jetzt nur der Trailer irgendwie für PlayStation 4. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die das da jetzt noch vorhaben, ob sie es auch wirklich noch für die PlayStation 3 rausbringen wollen oder nicht. Keine Ahnung. Was machen die da draußen? Kiddies, ey. Ähm. Jo. Ansonsten. Was ich noch... Was ist hier los? Was muss ich hier machen? Ähm. Was ich sonst noch so gesehen habe? Und ne... E3. Ähm. Uh. Toll. Komme ich da jetzt noch rüber? So nicht. Aber ich glaube, ich wäre da eh nicht mehr rübergekommen. Oh, fuck. Ähm. Diese... Also ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es auch nur im Reddit dann gesehen. Bei den Rocket Beans im Reddit. Ähm. Also in dem Sub-Reddit. Ähm. Und zwar diese grottige Übersetzung von der Sony-Übertragung oder whatever. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war ein bisschen Fremdschämen. Irgendwie. Die haben da irgendwelche alten Upis hingesetzt und Umis, die dann da übersetzt haben. Ja, aber mehr habe ich auch nicht mitbekommen von der E3 bisher. Ähm. Will ich auch eigentlich gar nicht. Ich will nur lustige Sachen erfahren. So, jetzt muss ich ja gleich ein bisschen Gazing geben. Ja, sehr schön. Da ist, ne? Oh, wie viel Leben haben wir denn jetzt schon verballert? Ich glaube, mit 13 haben wir angefangen, ne? 10 haben wir noch. Oh, ich will nicht Game Over gehen, ey. Ich kann doch nicht zurück, ja. Deswegen muss ich mich hier zusammenreißen. Ich glaube, ich muss nochmal den einen Endboss da machen. Aber ich weiß nicht, ob er den zweimal machen kann. Ob es dann immer noch die Sachen gibt. Oder ob der überhaupt noch erscheint. Keine Ahnung. Oh, der war... Normalerweise sollte es einen Rülps geben. Und der wäre dann sowas von mit Ankündigung gewesen. Komm. Jetzt kommt da wieder ein Auto. Die liebe ich ja so beim Aufnehmen. Toll. Ich brauche diesen verkackten Wagen. Das kann doch nicht sein. Aber da muss ich mich sowas von beeilen. Aber ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes Let's Play machen will. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel hier jetzt noch kommt. Ich weiß nicht, wie viele Level das Spiel hier hat. Aber ich schätze mal, wir haben die Hälfte vielleicht ein bisschen mehr schon rum. Habe ich eigentlich Blind in das Ding reingeschrieben? Also richtig Blind ist es ja nicht. Es ist eigentlich Semi-Blind. Weil halt an die ersten Level konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Aber das Tier ist jetzt auch wieder für mich Neuland. Ich krieg's kotzen. Ich krieg sowas von's kotzen, ey. Sagt mir auch keiner, ne? Okay, das war's. Gut, aber trotzdem haben wir vier Leben verballert. So, der See ist leer gelaufen. Stopfen gezogen oder so. Korken. Korken. Nee, nee, danke. F. F fehlt. Aber wenn man mal so überlegt, uns fehlen jetzt noch vier Schätze. Dann geh ich mal von maximal 16 Leveln noch aus. Okay. Next ohne. Ich hoffe, das läuft jetzt besser als das, was wir gerade hier... Wir haben neue Musik. Die ist so freulich. Die gefällt mir richtig gut, die Musik. Das ist so Verreisen-Musik irgendwie. Ich mein, das könnte sogar hier das Level sein, dass es hier noch, dass man so auf dem Zug ist. Und man halt auf dem fahrenden Zug. Ist nicht der Endboss hier irgendwie so ein Zug? So eine Zugmaschine oder sowas? Ah. Jetzt fahren wir schon. Und jetzt müsste es, glaube ich, nach rechts gehen in einem Scrolling-Level oder nach links. Oh, Fliegedingsee. Das ist sehr gut. Dum, dum. Oh, das war schlecht. Nächstes Mal... ...werde ich... ...das Ding ganz hinten am Bildschirmrand benutzen. Nein! Oh, ich brauche ein Item. Ist hier oben irgendwas? Nein. Okay. Jetzt sind wir wieder im... Oh! Ja, gut. Wir haben 29. Dann machen wir das mal. Oh, wenn es hier einen Schlüssel geben würde, ne? Ja, das will ich dann doch nicht mehr haben. Oh! So, das war gut. Machen wir das auch, wie das hier vorgesehen ist. Wir haben ja schön viele Münzen. Ups. War ja knapp. Der rollt nicht wieder zurück. Der andere ist zurückgerollt. So, jetzt ist angehalten. Hat angehalten. Ist angehalten. Na, ist schon das Ende. Gut. Das ist so schnell. 2020. Das ist nicht wirklich viel. Och, nö. Ja, gut, dann... Oh, gut, dass ich das jetzt nicht... Ah, da kann man sogar Münzchen für... Oh, Münz ist weg. Ich will jetzt erstmal gucken, was... hier oben ist. Fuck. Oh, das ist schön. Hörnchen. So, was ist hier oben? Was ist denn hier los? Ja, da war mir klar. Okay. Was ist denn das hier? Oder bin ich jetzt doch richtig gegangen? So. Geldscheißen und so. Noch einer. Ups. Wo ist der? Der ist weg. Oh. Ach, fuck. Da ist er doch wieder. Ey. Nehmen wir den obersten erst. Der untere war anscheinend... So ein Level, ne? Hier ist 100 pro irgendein fucking Schlüssel versch... Okay, das ist Ende. Ha. Ein Schlüssel. Gut, dass wir den jetzt schon mal gefunden haben. Ich hoffe, jetzt soll er sich denn sterben. Sterbe. Ach, Mann. Ich wollte das Herz haben. So. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Lass bitte hier irgendwo... Boah. Was sind das für ein Level, ey? Okay. 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 Ja, da bleib ich bei meinem Feuerding. Ja, da bleib ich bei meinem Feuerding.